Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, 26. April 2017. Wir schreiben die Geek Talk 105, genauer gesagt die Geek Talk Daily 105. Heute ist Mittwoch, schon wieder Mitte der Woche und ich habe die folgenden Themen mit für euch dabei. Aber hallo oder eh, je hallo, Gigabit Internet, Systemupdate, Copylet, Paste, Foto, Google, Linksys, Microsoft Teams, Spotify, Fake News und Arte Mediathek. Beginnen wir doch gleich beim Hallo-Thema. Je hallo, eine Firma, die GoPro vielleicht irgendwann mal ein bisschen am Umsatz graben wird. Die ist seit ein paar Jahren schon unterwegs. Mittlerweile jetzt mit Google kooperierend bringen sie eine neue Kamera für Google. Je hallo nennt sich das Ganze, ist eine 360-Grad-Kamera, kann man seit heute bestellen, kostet auch nur ein bisschen. 17.000 US-Dollar ist natürlich somit nicht unbedingt für den Influencer von irgendwo bestimmt, sondern doch für einen grossen Einsatz, sprich für Firmeneinsätze, um virtuelle Realität und Argument-Reality-Dinge umzusetzen. Es sind 360-Grad-Aufnahmen schon eindrücklich, was da alles zusammengeschraubt wird und was da zusammenkommt. Interessanterweise wird das Ganze auf Micro-SD-Karten gespeichert. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, so wie das da im Blogpost drin steht, weil die 17 Kameras machen doch ein bisschen Datenmengen zusammen. Aber um Datenmengen geht es auch in den Staaten. Dort gibt es einen Gigabyte-Internetzugang für 70 US-Dollar. Genauer gesagt, 69,99 bekommt ihr 940 Megabyte down und Upload 880 Megabit im Maximalen. Das ist schon eindrücklich, ja, vor allem für den Preis. Das ist aktuell für Neukunden. Wir Standeskunden können ihr aktuelles Abo, das ein bisschen weniger kann, bald vergünstiger haben. Solche Dinge wünsche ich mir auch hier in der Schweiz. Wir haben ja auch schon Gigabit und das Ganze kostet ja auch ähnlich viel, aber halt nicht in jedem Fleck, sprich hier bei mir in der Pampa noch nicht. Deshalb, ich möchte das. Malware gibt es im Google Play Store nicht wenig. Und jetzt wurde festgestellt, dass seit 2014 eine App, die sich nennt Systemupdate, im Play Store drin ist und kein Mitarbeiter von Google, vor allem diejenigen, die eigentlich am Suchen sind für solche komischen Dinge, hat das bis jetzt entdeckt. Ziemlich, ziemlich unschön, denn das Ganze ist Malware. Und macht ein paar Dinge mit eurem Telefon, die ihr sicherlich nicht möchtet. Was genau, haben wir in einem Golem-D-Artikel verlinkt bei uns in den Shownotes. Wer das runtergeladen hat, nicht schön, lest euch das mal durch. Und vor allem, ja, wenn ihr durch den Play Store surft, Systemupdates gibt es nicht unbedingt gleich da. Die kommen über einen anderen Weg auf euer Telefon. Deshalb, Hirn einschalten, bevor ihr da weitermacht. Wenn ihr auf eurem iPhone Dinge übergeben möchtet, sprich, ihr sucht irgendwo, sagen wir mal, nach einer Veranstaltung und geht nachher in die Mail-App oder umgekehrt hin und her ein bisschen. Besser gesagt, ihr kommt aus der Mail-App und geht zum Kalender zum Beispiel. Habt ihr da die Möglichkeit, das Ganze schneller, einfacher zu integrieren? Also, da arbeitet Apple schon ein Weilchen dran. Google möchte jetzt seine Apps auf iOS auch in der Richtung optimieren. Sprich, wenn ihr zum Beispiel ein Restaurant sucht, das beim Browser eure Wahl gefunden habt und dann später oder gleich, besser gesagt, in der Karten-App, die das Restaurant suchen möchtet, dann wird euch das direkt vorgeschlagen. Solche Geschichten gehen unter Copy, Last, Paste. Alles in allem ein Ding, das sicherlich sinnvoll ist und generell verfügbar sein sollte. Erleichtert einem doch die Nutzung eines Smartphones. Die Google-Photo-App erhält endlich eine Anbindung an die Apple TV. Nicht eine eigene App auf der TV-Box von Apple, sondern ihr bekommt die Airplay-Technologie integriert. Dass die bis jetzt nicht drin war, verstehe ich sowieso nicht. Wer auf den Dienst setzt, kann ab sofort seine Bilder auf den Fernseher bringen oder natürlich auch mit entsprechenden zusätzlichen Bordmitteln oder nicht Bordmitteln von macOS auch auf euren Mac im grösseren Bildschirm einfach. Ihr nutzt Linksys Router von denen, WLAN-Router der Smart-Wi-Fiserie. Da sind 25 Modelle von einer Sicherheitslücke von relativ schwach bis ziemlich heftig betroffen. Da geht aktuell ziemlich viel durchs digitale Dorf und wird geschrieben. Eine kleine Beruhigung gleich vorneweg. Die meisten Geräte, die es da betrifft, sind aus den Staaten. Somit schon mal wieder durchschnaufen. Und dann, wenn ihr so einen Router nutzt, geht bei uns in die Show-Notes auf daily.geek.com.ca. Da haben wir euch einen Artikel verlinkt, der euch aufklärt, welche Geräte da genau betroffen sind. Der Grund, weshalb ich das drin habe, weil es ja eben mehrheitlich amerikanische Geräte sind und parasyatische, ist, Updates installieren ist sehr sinnvoll. Nicht unbedingt diese System-Updates, die wir vorhatten von Android. Oder zumindest nicht diese. Sondern ihr solltet auch zwischendurch mal für euren WLAN-Router und für euren Webcam, was ihr da alles so nutzt, nachschauen, ob die auch Updates haben. Denn die bekommen sowas. Nicht jeder, aber immer wieder. Und da sind natürlich auch Sicherheits-Updates damit dabei. Deshalb haltet ein Auge offen. Und ihr könnt ja dazu einen Google-Alert setzen oder sowas. Das mit eurem Device, das ihr nutzt, kann relativ sinnvoll sein. So ein kleinerer Service-Hinweis an meiner Stelle. Microsoft Teams gibt es ja leider immer noch, oder ja, was heisst die immer noch, ist eine Business-Anwendung, gibt es für die Business-Geschichte, also die Business Office 365. Und da gibt es jetzt eine Integration für Trello. Ich muss, glaube ich, nicht nächstens mal ein Business starten. Denn, ja, ihr wisst ja, Trello mag ich und Microsoft Teams möchte ich mir sowieso schon länger mal anschauen. Sehr, sehr praktisch. Spotify möchte sich eine eigene Hardware basteln. Zumindest ist über eine sehr kurze Zeit eine Job-Beschreibung im Internet aufgetaucht, die genau so jemanden sucht, der ein Musik-Wiedergabe-Gerät in der Kategorien-definierenden Produkt ähnlich wie eine Pebble Watch, Amazon Echo und ein Snapchat Spectacle entwickeln. Also alles ziemlich wirr, keine Ahnung, wo es die Reise dahin gehen sollte. Wir dürfen mal gespannt sein, was Spotify uns da so bringen möchte. Der Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales profitiert von einem aktuellen Thema, Fake News. Ein Thema, das aktuell ziemlich viel Geld bringen könnte oder wird oder schon tut, wie auch immer. Er möchte oder ist eine Plattform aufbauen, wo die sich auf Wikitribune nennt und damit sollen Fake News analysiert werden. Sicherlich spannend, sicherlich nützlich, sicherlich praktisch. Einfach unschön, dass man dafür Plattformen machen muss und ja, dass es sowas überhaupt gibt. Aber eben, halt, ja, eine weitere Plattform in dem Bereich. Geld scheint vorhanden zu sein. Dann ein zweitletztes Thema für heute. Arte. Die Mediathek, eine beliebte App, die man nicht immer und überall nutzen kann. Zumindest das letzte Mal, wo ich sie hier in der Schweiz nutzen wollte, konnte ich sie nicht. Gut, mit VPN ging es dann doch. Aber, wie gesagt, eine sehr praktische App, wie ihr auf die ganzen Inhalte, zum einen Livestream, aber auch die ganzen Sendungen, die aufgezeichnet wurden, zugreifen könnt. Und die hat einen neuen Anstrich bekommen, sprich ein neues Menü, eine verbesserte Suchfunktion, etc. Das Ganze auf iOS. Wer also die App nutzt, sollte sich das Update unbedingt runterladen. Gefällt mir sehr gut. Und ja, zwischendurch schaue ich mir gerne solche Dokumentationen von Arte an. Die sind doch sehr, sehr nützlich und teilweise auch richtig lehrreich, so rum wollte ich sagen. Ja, das war es auch schon, mein letztes Thema für den heutigen Tag. Morgen ist auch wieder ein Tag, da bin ich für euch da mit neuen Themen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Startet gut durch und lasst uns einen Kommentar da. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.